Guten Abend zusammen, ich begrüße Sie, ich begrüße euch zu den Statements der Trainer nach dem Spiel der Düsseldorf LG gegen die Isolonne Roosters. Endstand 2 zu 4 vor noch einmal 5000 Zuschauern. Vielen Dank an alle, die da waren. Die anderen Ergebnisse, die Eisbären besiegen Bremerhaven mit 5 zu 1, Krefeld unterliegt Schwindigen 3 zu 5, Köln besiegt Augsburg 3 zu 2 nach Verlängerung und Mannheim schlägt München mit 5 zu 1. Neben mir die beiden Trainer, zu meiner linken Gästetrainer Brad Tepper, zu meiner rechten, Herbert Kreis, der Gästetrainer. Ja, danke. Wir haben seit einem langen Zeit struggling, also es ist toll, dass wir endlich einen Win-Win bekommen, in front of an einer gewissen Düsseldorf-Fraktion. Es ist toll, dass unsere Fans hier auch sehen. Aber wir haben seit einem langen Zeit struggling, und es ist toll, dass wir ein 60-Minute-Hockey-Games zusammenbauen. Ich dachte, wir haben defensiv gut gespielt, und gleichzeitig war es ein Team-Effort. Jeder hatte heute Minuten und hat die Win-Win in den Win-Win. Und ich bin sehr stolz, dass unsere Spieler heute hier den Win-Win erhält. Ich fasse kurz zusammen. Er hat gesagt, sein Team wäre einige Zeit ziemlich wackelig gewesen. Es wäre deswegen schön gewesen, hier zu gewinnen, auch vor Fans aus beiden Lagern, auch vor Iserlohnern-Fans. Und sie hätten 60 Minuten recht konstant gespielt, und er wäre stolz auf seine Mannschaft über diesen Sieg. Vielen Dank. Herod Kreis. Ja, guten Abend zusammen, Brad. Gratulation an deiner Mannschaft, die heute Abend für mich sehr, sehr gut und sehr, sehr konsequent gespielt hat, im Gegensatz zu meiner Mannschaft. Wir haben nicht überhaupt nicht gespielt. Iserlohn hat sich einige, mehrere Chancen herausgearbeitet, die nicht als Tor geändert ist. Aber wir haben im ersten Tor unser Backchecking nicht gut genug. Dann haben wir Scheibenverluste gehabt, Ost-West gespielt, was überhaupt nicht unser Spiel ist. Und so kann man gegen keine Mannschaft bestehen. Insbesondere keine Mannschaft, die eben, wie Brad gesagt hat, nach so vielen Niederlagen und so vielen Tiefschlägen beißt und kratzt, um wieder einen Sieg zu erarbeiten. Also heute war für uns ein ganz, ganz schlechtes Spiel, ganz schlechte Entscheidungen und einfach nicht ausreichend, überhaupt ein Spiel zu bestreiten. Danke. Vielen Dank. Gibt es Fragen am Bayer-Trainer? Tobi Kemberg, Westdeutsche Zeitung, Eiseken News. Harry, die Jungs haben jetzt am Spiel, nach dem Spann im Spiel gesagt, dass sie jetzt schon noch ein bisschen merken, dass halt einfach viele Leute fehlen. Es wurden ja auch noch mal mehr jetzt in der letzten Woche. Heute hat Hendrik Schiemens gesagt, es ist keine Ausrede. Wie siehst du? Waren es wirklich dann auch individuellen Fehler, die euch heute Chance auf Punkte gekostet haben? Eine Frage nach den möglichen Auswirkungen von vielen fehlenden Spielern. Ja, ich brauche nicht zwölf Stürmer, um nicht einen Fehlpass zu machen. Es stehen immer fünf Leute. Ich kann die Scheibe gerade von Süden nach Norden spielen mit 15 Mann oder 18 Mann. Das haben wir bisher gemacht. Aber wenn ich versuche, Ost-West zu spielen oder kompliziert zu spielen oder anders zu spielen, als wir es eigentlich spielen sollen, dann passieren Scheibenverluste und anstatt die Scheiben im Vorchecking hinterher zu rennen, sind wir nur am Backchecken oder wir bringen zu viel Zeit in unsere Zone. Nein, die Anzahl der Spieler ist keine Ausrede. Gibt es weitere Fragen? Tobi Kemberg. Dienstag geht es schon weiter. Ihr habt wenig Pausen. Der Spielplan bleibt eng. Habt ihr die Chance, dass Dienstag ein paar mehr Leute auch wieder dabei sind? Eine Frage nach dem Personal für Dienstag. Ja, also ihr habt ja vielleicht festgestellt, dass Bittner ausgefallen ist im letzten Drittel. Wir haben noch keinen Stand im Moment, wie er sich fühlt oder was er hat sogar. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird mein Schein am 28. spielen. Aber darüber hinaus bekommen wir keine Spieler zurück. Nein. Deine Gäste, eine gute Heimfahrt. Wir sehen uns, wie gesagt, wieder hier übermorgen gegen Bietigheim. Am Donnerstag geht es dann nach Bremerhaven. Für heute vielen Dank und tschüss. Danke.